Und ich frag mich, was er da aus dem Mund schießt. Übrigens, du kannst sie auch mit den Schwerten wegschlagen. Ich schlag ihn ganz kurz weg, dass er nicht dahin geht. Weil du musst da eigentlich ganz kurz weg, dass er dahin kann. Dann können wir ihn ganz kurz mal verdrehen. Hoffentlich explodiert der da. Weil ich hab's das letztlich... Ich glaube wir haben schon Minecraft einmal oder viermal durchgespielt. Ich denke mal dreimal. Ja, dreimal. Oh! Kann ich mir zu? Nein! Du sollst jetzt passieren, ich darf das jetzt noch nicht abbauen. Nein, das würde ich lieber nicht. Ich weiß nicht ganz kurz. Ich weiß nicht ganz kurz. Kann ich denn nicht? Ich weiß nicht. Warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht. 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 Leid. Oh! Okay, jetzt habe ich fünfmal den Endequellen ein, das hat richtig viel Spaß gemacht. Bla bla bla, das will ich mir nicht angucken. Ich glaube, man kann ihn wieder wechseln, wenn man das viel in viel reinmacht. Ich glaube, man kann ihn nicht angucken. Ich glaube, man kann ihn nicht angucken. Ich glaube, man kann ihn nicht angucken. Ich glaube, man kann ihn nicht angucken.